Und, bist du bereit für die Fahrradtour? Sieht man mich? Ich glaube, ich hole noch ein paar Reflektoren. Viel hilft viel, aber nicht immer. In der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass du gut sichtbar bist, wenn du Fahrrad fährst oder zu Fuß gehst. Ja, aber vor allem sollte der Helm gut sitzen und die Kleidung auch ohne zu viele Reflektoren sichtbar sein. Alles zu deiner Sicherheit. Ja gut.